Der wollte seinen Repeater planten, aber du wolltest ihn nicht lassen. Nö, er hat nur einen Teppi gekriegt. Ich war ja auch konzentriert, oder nicht? Hast du schon gesehen, dass ich ja gerade einen weggemittet habe da. Nur ein Level 41er. Ah, traust du ihn nicht gesehen zu werden, wa? Kannst du mit dem Film nicht umgehen, Arme? Das müssen auch wieder mehrere sein. Das ist so dumm und leise. Da hinten ist einer. Ja, dem dritten ist auch einer. Was war das gerade gewesen? Was war das gerade gewesen? Ich bin schon noch lang. Ich habe ihn. Ich danke euch vielmals für den Loot. Ich werde ihn in Ehren halten, indem ich ihn bei Rackman verkaufe. Was ist der Fehler? Kann ich ihn nicht haben? Ja, jetzt lauf, Junge! Hol ihn hier! Hol ihn hier! Hol ihn hier! Ho-hoo-hoo-hoo! Du solltest du sein. Hab ihn! Geht's halt! Oh Gott! Scherz auf mich! Sniper! Ich habe keine Ahnung von wo. Wirklich null! Von hinter mir! Sniper? Jaha. Alter, ich werd getroffen. Oben vom Berg. Ich bin tot. Zwei Stück da oben drauf. Hier ist noch was. Hier sneakt noch irgendwer. Jolahi. Das war ein Spieler. Oder? Killer. Der Ernst? Er hängt da unten. Ich denke, hä? Was hat der für'n Helm auf? Die kommen angeloppte hindurch. Da bist du. Oh Mann. Ist noch einer? Dort. Einer ist noch auf der Straße. Den einen hab ich erschossen. Der letzte? Der letzte auf der Straße war? Ja. Okay. War das deine Flashback? Ja. Ich hör ihn hinter mir. Da bewegt sich einer von uns. Nee, das ist er. Hab einen. Werd von der anderen Seite beschossen. Ich geh zurück. Blutestark. Alter, wie verhält'n der aus, Mann? Einen besseren Spawn dafür haben. Anstatt jetzt quer über die Web zu laufen. Guck, guck, du kleinen Schlampe. Da, Spieler, du komm auf, Alter. Ich getot. Werd von dem. Ha, ha, ha. Werd von dem. Werd von dem. gedacht. Wie geht's mit deinem Schlampe? Du musst ihn kippen. Was ist denn? Ich bin freut. Ich bin freut. Ich bin freut. Ich bin freut. Wo ist er denn? Ey, Junge! Spieler? Nein, Scaf. Aber der Spieler, der... Wohl? Das bin ich. Ich, ich, ich! Oh, sorry, sorry, sorry. Junge, er hat mir alles wieder weggeschossen. Meile Scheiße. Hier lief doch noch irgendwas. Er ist direkt um die Ecke. Direkt da vorne, links um die Ecke. Einen hab ich von den zwei. Hab ich fast. Push ihm mal rechts. Push ihm mal rechts. Links rum, links rum. Ich kann nicht. Ich hab keine Beine. Ich wär gern früher eingeschritten. Aber Diablo hatte mir halt beide Arme und den Bauch weggeschossen komplett. Ich ra- ich ra- Hoi! Hab ich mich verjagt. Der hängt an dem Baum. Rechts davon. Keine 10 Meter oder 20 Meter von mir weg. Ich hab ihn noch gesehen und der Knall war wieder so laut. Hoi! Sorry, ich hab mich so verjagt. Was war das denn für'n Ton, der da grad rauskam, Alter? Das geht ja gar nicht. Das ist, das ist Killer. Ja, genau. Das ist Killer. Er hat mich! Ich hab ihn gebrochen. Ich hab ihn gebrochen. Ja, jöbte. Ich hab ihn gebrochen, was ich? Ich hab ihn gebrochen. Das ist noch nicht. Ich hab ihn gebrochen. 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 Wir sind Spieler, glaub ich. Weinstadtabler. Zevé, er hat ihn gebrochen. Zumindest신zettel. Mein expl receptor das Karr blickt, Hey, entrie bei mir hinten an der Straße? ups jetzt auf einzelschluss ein bisschen aus dem fenster links redet was der schießt nicht auf uns draußen hat er geschossen ja ja der ist hier rechts drin rücken ist spieler direkt vor der nase wir haben gerade gesehen hat er sich hingelegt ja er ist drin oh da ist noch einer weiter links ach scheiße die haben was ist das denn für ein winkel die pushen dich jetzt der pusht dich der kam echt du willst mich doch verarschen im 62 tracer ja ist ja gut das ist ja gut Noch einer. Ich komme da. Nee. Ah, schade. Ah, schade. Ah, schade. Die Leute haben mich einfach null bemerkt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er alleine war. Ah, schade. Junge. Ah, da sind die FPS sind ja mal. Also, die sind jetzt abstoßend. Endlich weiß ich wieder, wie es ist, mit 30 FPS zu spielen. Ja, du bist noch dran, ja. Ich höre nämlich... Oh, Sounds nicht mehr. Ja, ich höre ich nicht mehr laufen. Der bloß leidet aber auch. Also, in Wirklichkeit rennt der nicht. Der fährt Skateboard. Ich glaube, ich habe hier drin was gehört. Oh, ich komme hier nicht rein. Ich hasse das. Aber die Scheibe noch davor ist. Ich bin tot. Er steht rechts hinter dem Tresen. Harbin. Läuft weg. Oh, da ist noch einer. Es sind zwei drin. Oh, bin tot. Beide hinter dem Tresen. Das ist einer und links ist noch einer. Okay. Ich... Vier?! Es waren vier Leute! Also, das war... Da war nichts mehr. Diablo ist bei mir nicht gestorben. Diablo hat bei mir gestanden und du eben auch. Ich wusste gerade nicht mehr, wer wer ist. Du standst gerade noch an deiner Pose, obwohl du tot warst. Und Diablo stand auch noch an seiner Pose, obwohl er tot war. Aber ich dachte mir auch, das ist seine... Das ist sein imaginärer Körper. Es waren keine Leichen da. Ihr seid einfach an der Stelle stehen geblieben. Ganz ehrlich. Das Replay könnt ihr euch gerne angucken. Das war absolut grenzenlos schrecklich. Ich hab' einer gepackt! Kommst du raus? Kannst rauskommen? Ah, scheiße! Fuck! Äh, der LZSH war deiner, ne? Hau mal ruhig, bitte. Das war dein. Ist da einer? Exit Camper? Oh man, das darf nicht wahr sein, Alter. Du bist unten, der ist oben, oder was? Ja. Fuck! Hey Exit Camper! Du willst das also bis zum Ende bringen hier, ja? Du willst das durchziehen. Ruhig, ruhig, ruhig. Okay, wir können das auch anders machen. Wir können das auch anders machen, okay? Wie willst du das dann haben? Ja, dass ihr raus könnt und, ja. Dann gehst du jetzt in den Raum rein, machst die Tür hinter dir zu, und bei drei Minuten kommst du wieder raus und kannst selber rausrennen. Ja, bin ich. Also gleich, wo bin ich. Zwei Mal Türe gehört. Doch, doch. Ich glaube, er ist schon drin. Du warst auch alleine, ja? Ja, das bin alleine. Okay, ich hau jetzt ab. Warte, ich geh gucken. Ja. Das hat sich irgendwie gefaked an. Ah! Ja. Das war so klar. Das ist ne miese Masche. Oh mein Gott. Naja, zum Glück weiß die Welt jetzt, was du für n****n musst. Ruhig, ruhig, ruhig. Ganz ruhig. Also, ich bin nicht alleine, ne? Also... Ach, echt? Das habe ich jetzt auch bemerkt. Ey, was geht, Dinger? Du bist jetzt abgezogen. Ey, Bruder, du hast jetzt die Chance rauszurennen, ne? Nichts Bruder**** wie du sind garantiert nicht mein Bruder. Ach, komm. Dann nenn mich. Dann ist es nicht Bruder, aber dann kannst du... Halt doch einfach deine Schnauze. For real jetzt, ne? Du kannst auch den Loot von deinem Maid mitnehmen. Bei einer Minute 14 ist der behindert, Alter. Die schmeißen ihr Zeug weg. Ach, Mann, den kenn ich das... Der hat alles abgeschmissen und ist runtergesprungen. Was für Ratten, Alter. Ganz ehrlich, die hängen da zu zweit und haben nichts besseres zu tun, als sich da zu platzieren, um Leute abzufacken? Nach Land. Du rennst so oft wie drauf zu, als ob die mit nem Köln in die Fresse hauen. Ja, naja. Was? Er, er konnte ja auch nicht mit der DVL. Hier ist irgendwo ein Spieler. Oben, oder? Ich weiß nicht, wo. Ja, oben. Der ist definitiv oben. Wo denn oben? Bist du das nicht? Es ist, er... Hast du ihn? Ja. Einen hab ich. Hier unten ist noch einer! Ist auch gut. Hast du ihn auch? Ja. Oh, hab ich mich verjagt! Niemals! Ich heb dich nicht ¡Ein! Ich habe einen Atmacht gesehen! was habe ich denn falsch gemacht warum soll mich jetzt der blitz beim schelten ach so bist du nicht automatisch aus der gruppe denn da vorne ok scheiße kommen zwei leute hinten in die tankstelle rein habe ich hast ihn ne ich glaube nicht hab ihn da kommt einer rüber bist du draußen ich bin das ich bin das der einer ist über den dings gesprungen wie wir eben ich muss kurz rein ich muss decken ok das war es letzten drei magazine rechts kommt einer wo rechts gesehen der ist vorne am eingang ey hat mich ich dachte ich hätte ihn alter er ist direkt da an der tür rechts davon jetzt ich hoffe die bleibt da nicht hängen man kann für nichts garantieren die ist direkt neben dir ist runtergefallen ich dachte sie ist runtergefallen ich hab sie bei mir noch rollen sehen ja sie ist sie ist nach vorne oh die umlaufen uns scheiße ich bin ich bin ich bin ich bin Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Komm, hier will doch bitte einer einfach durch die Tür. Scheiße, das ist direkt hinter uns. Alter, hier ist ein Toter. Spieler? Ne, Big Pipe oder irgendwer das ist. Ich renne mal hinten zum Häuschen. Da steht noch wer, glaube ich. Jo, hier beim Haus. Da, da ist er, da ist Anita links. Hast du ihn? Weiß ich nicht. Warte, ich renne zu ihm hin. Nein, du hast ihn noch nicht. Er ist hier vor mir. Hier ist er. Hallo, da. Ich hab auf ihn draufgehalten und er ist nicht umgefallen und hat mir gedacht, ach komm, das ist ein Witz, halt klar. Gott, oh Gott. Er rennt mit der Pistol rein, weil man sich selbst vorschicken möchte für die Bosse. Dann sind die Bosse alle tot und es sind einfach zwei Spieler. Spieler, du stirbst und ich überlebe den Scheiß. Ne, zwei Leute hier direkt vor mir. Sind die schon da? Na klar sind die da. Ich bin ein Witz, ich bin ein Witz. Nicht schon wieder der Bauch, ey. Meine Güte. Fickt euch. Wie er das noch gesagt hat. Oh, Pimsi. Oh, Nani. So, ein Spinner, Alter. Doch, ich mach unten auf. Dann können wir direkt wieder raus hier vorne. Komm mit. Spieler sind hier keine. Ah, scheiße. Äh, das ist jetzt, äh, Raid-Dingsbums, ne? Wir müssen abwarten hier unten, glaub ich. Ja, ich lebe noch. Ich lebe noch. Da kommt noch was. So, ich hab Taguila getötet, es tut mir leid. Jetzt kommen wir raus. Jetzt haben wir, es gab's getötet. Junge, ich wollte nur placen. Kommt der hier ganz runtergeschlurft? Cool, als wenn's nicht gäbe, ey. Nee. Dann schwärmst du auch noch nicht. Ja, ja. Nee, schaff ich nicht. Oh? Nein, nein. Mann! Fuck, der hat mir so viel weggeballert. Scheiße. Siehst du ihn nicht schießen, Alter? Bist du auf dem Stein? Nee, ne? Ich bin gleich tot, ne? Was ist denn da? Hast du ihn? Ich hab ihn. Kämpf doch 100 Polen, lass das Auto ab. Kämpf doch 100 Polen, lass das Auto ab. Ah, ja, jetzt bist du halt gefangen. Muss ich jetzt echt sitzen bleiben, bis der Nate fliegt? Ja. Na gut, du hast keine Wahl. Tja. Ja. Ja. Das war's. Tarkov war auf meiner Seite, sah ich dir wie es ist und nicht anders. Nee, hier vorne am Strommast. Da. Der soll noch mal stehen bleiben. Oh mein Gott. Aufpassen. Ja. Ja. Der vor dir liegt. Ja. Du bist bei mir? Ja. 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 War der fett? Ja. Also hier war er nirgends im Untergrund. Ich geh mal weiter suchen, während du lootest. Oh Gott, da ist noch ein Spieler! Wer ist das Ding? Direkt vor dir links! Hier post mein Pad! Post mein Pad! Post mein Pad! Direkt unten drin! Alter! Ja. Ich hab keine Sounds mehr. Ich hör gar nichts mehr. Was ein Shit, Mann! Junge, das mit dem Sound war aber ganz wild, wenn du gar nichts hörst. Da fühlst du dich aber auch mal ganz anders verarscht. Oh Gott! Kannst du dich wieder rüberspringen? Wo ist er? Ja. Ich glaub ich hab ihn. Ja. Wartest du dich schnell? Ich steck das. Ich weiß nicht, ob er noch ein zweiter ist. Hinter mir! Ja. Hinter dir? Ja. Da oben drin oder? Ja. Und dann der liegt vorne an der Treppe. Ja. 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 Ich hab den Bauch weggehauen. Ja. Ja. Mach du dich erstmal fresh? Ja. 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 Er kommt! Er kommt! Was? Oh, du kleiner Pist. Yeah, buddy! Ist der blöd, oder was? Was? Ist der blöd, warum geht der nicht raus? Keine Ahnung. Bis zum Ende. Er hatte die Möglichkeit, noch abzuhauen. Also, man hätte ja noch sagen können, okay, vielleicht waren sie aus irgendeinem Zufall noch da. Aber nein, wenn man so lange am Ende dann noch bleibt, ohne einfach rauszugehen. Junge, ganz ehrlich. SVD. Er sniped, oder was? Naja. Warte, 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 warte. Warte, warte, bis er runter geht. Müsste hier am Stein liegen. Hast du den Spieler schuld? Nee. Jetzt hat mich der Spieler. Von links weiter. Von links? Ja, der hat doch vom Stein da. Vom Stein. Okay. Der hat doch hier gerade nachgeladen, der Arsch. Der war jetzt oben drauf. Kann auch sein. Los. Ja, sag ich was. Der hat doch auch schon leer. Spieler? Mit O. Spieler? Ja. Scheiße. Er ist aber hochgegangen. Er hat mich. Ach, er ist gepusht. Er ist gleich um der Ecke links. Er ist gepusht. Ich glaube, bei mir ist es wer. Ja, dann geht es im Auto raus. Hier ist einer. Hahaha, du kleiner Bisser! Fuck you! Ist hier unten? Äh, beim Steinen, nah am, äh... Ja, gesehen. Ich schieße. Keine Muni. Muss nachladen. Oh, hier ist ganz close einer. Ich hab einen. Ich bin tot. Ich weiß nicht, was der auf mich schießt. War der, den du hattest? War der nah oder? Weil er beim Berg hinten irgendwo. Okay, ich hatte noch einen in der Ditch. Der war zwischen LKW und dir. Ah ja, okay. Ruhig. Ja, der eine Dude. Deswegen sage ich, der Typ, der bei mir ankam, der kam von hinten alleine. Das ist nicht der Typ, den du hattest, der den geflankt hat. Krallemeister und Kneppokollektod. Ich hab's im Gefühl gerade. Ich höre auf jeden Fall, was laufen hier. Ist doch gut, Junge. Hör auf! Wo bist du, damit ich dich nicht abknall? Hier vorne bei der Holze. Ich bin tot. Nicht tot. Knall ihn ab. Aber ich hab's nicht so fest giftet. Aber ich bin tot. Ach, der hat die Dreh operiert. Caute Arme weg, Alter. Hey, du gehst doch hin. Wichser! Spieler wollte mich abschießen. Uh, Leute, Alter. Das ist nix für mein Herz, ey. Untertitelung des ZDF, 2020